Musik 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 Ja, hallo, herzlich willkommen hier in der mentalen Gesundheitspraxis Kraftquelle selbst zu einem weiteren Mentalvideo. Mein Name ist Ingrid Bonder, ich grüße dich, ich grüße euch ganz herzlich zu diesem Video. Heute machen wir wieder einen kleinen Ausflug in die Küche, denn heute verrate ich euch mein Lieblingsrezept des Monats Juli und das passt wunderbar zu den Temperaturen. Heute werden so um die 38, 39 Grad erwartet, deshalb habe ich mich auch kurzerhand mit der Kamera hin das Haus verzogen, damit es ein bisschen angenehmer ist und ja, das Rohkostrezept, das mich zurzeit so begeistert, das so mein Lieblingsrezept in diesem Monat ist und das ich gerne mit dir teilen möchte, das sind Rohkostbandnudeln aus Tsushima mit einer Rohkosttomatensoße. Und wie das Ganze funktioniert, wie es gemacht wird, das siehst du jetzt. Ja, hier nochmal die Zutatenliste für etwa eine Portion, das kommt natürlich auf die Größe der Früchte an. Ich habe hier genommen eine mittelgroße Tsushima, drei kleine reife Tomaten, ein paar getrocknete Kräuter Tomaten, ein Esslöffel gutes Olivenöl und dann ganz nach Belieben ein paar frische Kräuter. In meinem Beispiel hier waren es Kräuter, die ich im Garten geerntet habe, du kannst aber auch getrocknete Kräuter, Provençal oder italienische Kräuter einfach, da gibt es ja auch Mischungen am Markt, zu kaufen, nehmen. Ich habe wie gesagt hier Liebstöckel genommen, Borretsch, Pedersilie, Oregano, etwas Schnittknoblauch und Salbei, ja und dann noch etwas Wasser. Die Tomatensoße ist ganz schnell und super einfach zuzubereiten. Was du hier siehst, das ist so das Gefäß von meinem Multi-Zerkleinerer, du kannst aber auch einen Stabmixer nehmen, so einen Pürierstab, füllst dann alles in ein Gefäß, du siehst hier die Tomaten, die habe ich so geviertelt, du siehst auch die getrockneten Tomaten, dann habe ich mit etwas Wasser aufgefüllt, ein Esslöffel Olivenöl dazu getan, die Kräuter einfach oben drauf und das Ganze dann mit etwas Salz und Pfeffer noch gewürzt und das Ganze wird dann einfach püriert. Ja, und auf diesem Foto hier siehst du dann, wie das dann fertig ausschaut, die Tomatensauce. Dann geht es weiter mit der Zucchini. Hier habe ich so einen Sparschäler genommen, also einfach die Zucchini waschen und der Länge nach dann mit dem Sparschäler schneiden, sodass dann eben solche Bandnudeln entstehen. Ja, wie du hier siehst, habe ich die Zucchini dann rundum so lange geschält, bis ich an diese Kerne ins Innere herankomme und das lege ich dann immer zur Seite und verwende das dann eben anderweitig. Ja, und dann brauchst du einfach nur das Ganze ein bisschen schön auf dem Teller zu trappieren. Die Zucchini-Bandnudeln, ich habe hier noch ein paar Salatblätter genommen, zur Zierte untergelegt und die Bandnudeln dann da draufgelegt und die Tomatensauce obendrauf und was du hier an Blüten siehst, ich habe rotes Basilikum, der so ganz fantastisch blüht zur Zeit und da einfach noch ein paar Blüten so als Zierte obendrauf gelegt. Ja, so simpel und einfach ist ein leckeres, rohköstliches Rezept zubereitet, in dem Falle mit Zucchini und einer rohköstlichen Tomatensauce. Das Ganze kann man natürlich auch beispielsweise mit einer Gurke machen oder man kann es auch mischen, dann hat man so die tricolore Variante, wenn man zum Beispiel Möhren nimmt, Gurken, Zucchini und vielleicht auch noch rote Beete in Streifen schneidet, dann hat man so die tricolore Variante und das dann einfach mit dieser leckeren, rohköstlichen Tomatensauce. Ja, wenn es dir gefallen hat und du es nachbereiten möchtest, nachkochen kann man in dem Fall ja nicht sagen, freue ich mich natürlich auf dein Feedback und sage in diesem Sinne dann Tschüss, bis zum nächsten Mal, deine Irmgard Bronda. Bis zum nächsten Mal.